ja hallo und herzlich willkommen ja hallo und herzlich willkommen zurück leute wir sind wieder bei unserem you have to win the game wir hatten ja letztes mal was man jetzt mal gemacht wir hatten auf jeden fall schon zwei von den kugeln krieg das jetzt mehr plattform haben das weiß ich noch würde ich sagen wir schauen einfach noch mal ob hier drüben irgendwas ich bin mir sicher gestern aufgenommen aber ich weiß es echt nicht mehr schon erstmal oben lang und für sie traurig dass keine musik gibt hier bevor das mit musik voll cool ich meine ernst ich bin so denken lauf sofort ins wasser ist klar ich habe noch mal schaut ob nicht passiert wenn ich ihn nicht drücke und ein steam achievement habe ich gesehen dass es ein sehr viel verschiedenes zeugs geben soll hier hier kann ich nichts machen kann ich rechts noch irgendwo ja hier in das gold kann jetzt ran naja gold regiert die welt hier kann ich nichts machen links war nur ictrasil hier ist eh nichts dann gehen wir noch mal hier runter kann ich hier wollte ich vorher auch schon drüber ne ja hier war ich schon hier haben wir die grüne äh eine kugel kriegt die eine äh fuck äh können wir jetzt da hoch schon ja können wir yeah ich krieg money mein money ich habe mich unten lang jetzt kann irgendwie nie da war nur die stacheln genau ich glaube es sind aber sowas wie boss monster weil wir hatten den jetzt schon mal und dann hat er uns auch so wie ein boss naja letztes mal war es ja so eine schildkröte oder sowas naht ich weiß nicht mehr aber hochklettern kann ich auch nicht irgendwie ich bin hier runtergegangen fuck jetzt muss ich mich wieder machen dämlich einfach nur dämlich und unnötig weil ich hier schon wieder fabriziere immerhin hört sich das geil an ich glaube es soll so boss battle music darstellen ja hier wie oft haben wir diesen blocken jetzt schon hätten wir ihn jetzt schon geholt hm 20 mal mindestens gehen wir nochmal hier runter ob wir jetzt hier mehr machen können höher springen kann man auf jeden fall noch nicht ich glaube wir kriegen noch einen doppelsprung habe ich einen ziemlich tief ins gesehen das ist nicht schon gesagt ich gehe nochmal hier runter vielleicht ist ja hier nochmal was zu weit zu kurz zu spät zu weit das ist auch jawohl das ball das stachel das ball stachel das ball das cheat fack zu früh egal 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 auch keine ganze gegessen nach was immer wieder hier hoch hm jetzt aber ne kann ich's noch nein wenn es so kommt nicht die fliedermaus ist so leicht im weg ne ne hier unten bin ich ja gerade durchgegangen ich bräuchte eine karte von diesem dungeon spiel weil ich einfach glaube ich zu dämlich bin auch dafür ah fuck ich konnte nicht hoch genug springen hm 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 h hm hm jetzt auf jeden fall weil ich mich so denke ich auch anstelle fünf minuten und kein kaum erfolg kaum damit nicht kein kein ist es ja nicht werden schon wir schon zwei goldsäcke gesammelt oder geld dollar aber das spiel hat auch keine story mehr zu ein hier war nur die fledermaus ich hoffe nicht jetzt sind wir ganz woanders hat mir gerade auffallen gut wir merken sie sind links rausgang aus dem wenn ich gerade auffallen wenn ich jetzt hat runterfalle und zweimal runter dann bin ich einem ganz anderen als ich nur einmal runterfalle jetzt sieht man es auch mal so nice ich möchte bevor ich die spiel schaue erst noch nach rechts schauen so schwer komfort hätte der bildschirm irgendwie an tiefe gewonnen also nach unten gehend wieso trauend vorbeilaufen wenn man einfach einsammeln kann wir kommen zu der andere grauen danke sind wir hier nicht vorher runtergelaufen sind wir noch nicht da kommen wir noch nicht hin ich glaube ich noch flugschuhe oder doppelsprung schuhe hätte ich mir denken müssen unendlich ist not the magical symbol ok safety es hat gestimmt und sind die 60 hat gestimmt nein nicht das ding wieder mich da hoch es war dämlich ich gehe einfach mal davon außer jetzt nicht ins wasser falle ja hat recht hier geht es nicht zu sterben jetzt muss gehört of you ja ich bin dann manchmal für euch als hier vor ihnen nee ich glaube nicht von ihr treffen ich überlege ob wir uns die 100 prozent holen sollen was sagt ihr wollt ihr 100 prozent von diesem game oder wollte keine 100 prozent von dem game weil 100 prozent sind möglich war ich hier unten schon nein hier war hier kann ich noch nichts machen schade mein chef noch da komme ich nicht drüber so weiter kommen ja auch nicht da ok hier bin ich safe hier nicht so so wie es gott immer daran nämlich nicht gott ich muss es schaffen da unter dem blauen drunter zu kommen hier bin ich sicher sie geht von selber zu früh aber was jolo 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 bin sehr fritien fuk jolo da sind in everything aber erst ich habe keine ahnung was das magische symbol ist null ahnung don't question me these ich habe es durch geschafft yes und hier haben wir es jetzt instant fanden habe ich jetzt nicht gekriegt nice nee wir gehen bevor wir dahin gehen aber noch was anderes jump again in mit er ich komme da jetzt echt nicht hoch ich komme da nicht hoch gehen wir wieder nach links wir können viele neue plätze und diese plattform ist wahrscheinlich immer noch für nichts da kommen wir holen uns den hier erst mal jetzt dafür ist die da die tue sie diese und zwar dass wenn man darunter kommen wo landen kann ich sage gerade eben noch ja die sind nichts da und dann genutzt da oben ist ein fisch auf jeden fall fisch 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 aber wir sind schon auf 50 prozent ich dachte wir werden eigentlich schon weiter nein 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 double jump if you don't do it ist nicht doppel jumpen wenn du nicht brauchen bitte da so 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 als ich den doppel sprung noch nicht hatte bin ich hier nicht gestorben so viel weiß ich ich bin nicht hier wo ich jetzt sagen muss ich schaue mir einfach noch weiter links um nee hier ist nichts nee jetzt müssen wir den anderen ja wieder machen nee ich habe gedacht ich könnte einfach so dahin ich brauche nicht mehr mit dem platz vor eigentlich ich glaube ich habe ja alles auf der seite ich komme jetzt ja den anderen path taken cave in ist klar nein ich hätte den anderen weg nehmen müssen fuck oder nee jetzt kann ich auch den anderen erstmal nehmen und hop fuck 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 das ist so anstrengend nee wenn wir da rausgehen bringt es uns ja eh nichts der wird ein ja schafft seitdem ich einen doppel sprung habe kann ich noch weniger nein nein der stand doch gehe nicht links raus was macht man mit ich gehe links raus ha jetzt habe ich nicht so ewig gebraucht hier muss hier runter und ich muss ja da jetzt lang wieder fuck ganz vergessen kann ich jetzt nicht das einfach machen jetzt halt doch einfach machen oder eigentlich schon und zwar gegen die decke hüpfen nee ich meine eigentlich dass ich jetzt auf dem block da stehen theoretisch nein ja wichtige probiermöglichkeiten versäumen ist nicht gut sag ich euch ich will nochmal auf die drüben hin